Warte mal, da muss ich kurz mal reingehen. Okay, hast du mir gerade vor einer Sekunde gesch... Hi. Sorry, ich wollte ja um ein Uhr kommen. Ja, ja, sagen. Hab ich ja geschrieben, aber ich... Krieg mir mal bei, wir spielen einen neuen Modus. Ist ein neuer Modus rausgekommen? Hochexplosiv, wo man einen neuen Raketenwerfer nur kriegt fast. Ich liebe ihn, aber ich hab schon zwei oder drei Runden gezockt. Ich hatte den... Ich hatte den neuen Raketenwerfer schon viermal. Übelst geil. Feier ist. Komm, ja komm rein. Ich bin gerade auch live. Komm rein. Nee, dann mach ich schon... Ich mach kurz eine Runde, ja? Nee, nee, ich join die jetzt. Ja, okay, machen wir das in einer Runde. Pokémon, los schnapp sie dir. Wir sind die Fabelwiese. Das ist Amerika. Amerika. Okay. Ja, gut. Dafür, dass wir live sind, ähm, trotzdem schon ganz schön viel. Tyler, Tyler, weißt du, was ich mir überlegt hab? Äh, wenn morgen der Raben-Skin rauskommt, ne? Also. Tyler, Tyler, wenn man noch gut. Ja? Ja. Ich hab jetzt 30 Euro, ne? Äh, das Problem, dass ich bin bei der Oma und ich kann, äh, kein PSN deal. Und, äh, wenn du, äh, wenn du, äh, äh, wenn du, äh, äh, ist ja deine Entscheidung, aber ich könnte dir, äh, wieso kann ich jetzt keinen schlagdrucken? Ah, jetzt. Äh, das ist verpackt. Ähm. Ich könnte dir, wenn ich wieder zuhause bin, 50-20 Euro PSN wiedergeben, wenn du, äh, den Raben-Skin holst. Verstehst du? Was meinetwegen? Hä? Dann, äh, dann gebe ich dir 20 Euro wieder zurück. Ja, aber ich habe ja gar kein 20 Euro mehr. Ah, ja, ja, mein ich ja, äh, ich hab ein, äh, höch, äh, hoch explosiv. Es ist so geil, Digga, Mann. Ich freu mich so, Digga. Ey, so geil. Den Raketenwerfer ist so geil. Ich mach Double Raketenwerfer und Double neuer Raketenwerfer. Ich bin grad ne Runde. Ja, ich lief einfach, dann können wir sofort zocken. Nee, nee, ich mach die Runde grad noch. Oh, ich mach auch ne Runde, ich mach auch ne Runde. Ich hab John Wick, ne? Nice. Du hast sie geholt, ne? Ja, Digga. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich hab nur das reingesang. Bei mir stand nur das Haus gegangen. Komm, Raketenwerfer, Gauss. Schere Steinpapier. Soll ich mir Schere Steinpapier holen? Soll ich mir Schere Steinpapier holen? Ja, mach dich, das ist eigentlich ganz geil, find ich. Ja, aber dann könnte ich mir keine Pumpe, 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 Hacke holen. Oder so eine richtig geile andere Spitzhacker für 800. So egal. So egal. Ah, ich weiß nicht, ich hab keine guten, darum. Ey, Tyler, hab ich nicht mal gesagt, äh, hochexplosiv wird wieder rauskommen? Nee. Ich hab 39 Munition fucking schon. What the fuck? Ja, 39. Ja, hab ich jetzt schon. Noch zwei Tonnen. Ja, ja, ja. Es ist, ich mach so fun, ey, dieser Modus. Ich liebe, ich werd den nächsten Tag. Suche auf Kacke. Nur Rocket Drive. Können wir machen, ja? Ja. Ja. Er steuer, er hat Lenk, äh, Rakete. Ich geh mal zu ihm hin. Ich geh mal zu ihm hin. Ich geh mal zu ihm hin. Ich bald aber trotzdem an Overground. Bro, lass mal nur, äh. Ah? Ja, aber Oma nicht. Ja, wir haben's gesehen. Ja, ja, Lenkrakete. Ja, Lenkrakete. Ja, Lenkrakete. Ja, Lenkrakete. Oh, der eine Typ hat ihn auch. Ach du, Lenkrakete. Aber wer ist auch zu dumm, macht das so ne Luft. Let's go, Digga. Alle nach, ne, den laden kurz nach. Let's go, Digga. Lenkrakete. Das ist ja mal am Start. Das ist ja mal am Start. Es ist ey, es raktiert, es wimmelt nur von Raketen. So, ich mach mal kurz die neue Flocken ausprobieren. So, dun dun dun. Ich weiß, was passiert ist? Hm? Ich zieh aus einer, meine erste Kiste weiß, was rauskommt. Lenkraketenwerfer aber der Typ, äh, Kast jetzt einfach. Ein Gegner. Ja? Nein, ich brauch eigentlich nichts. Die haben alle RPG, ich nicht. Ja, egal. Aber er verreckt jetzt, er verreckt. Nein, er hat was gebaut. Wie hat er das geschafft? Ich geb ihm jetzt trotzdem. Nein, 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 nein. Aber er wusste, dass ich komm. Jetzt, jetzt weiß ich es nicht, jetzt weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Alter, wieso kann der das so gut? Ich kann der das so gut. Ach, er macht das oder was? Er macht das oder was? Ey, hier ist jemand, der mit RPG rumballert. Der hat sich selber getötet. Ich bin tot. Scheiße. Ernsthaft? Ja, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein Gott, wie geil. Digga, Jagel, eine geht an die Luft. Hallo? Hallo? Ui, bist du gerade in eine Runde? dann gehen wir mal raus weil ich kann immer so lang weil ich glaube ich werde sie haben bei der kreis der kreis aber was ich will dann ist nur den mit lenker fiffen dafür käme ich bin tot ok ich wollte es ist so geil ein junger jungen beim ist tot ja bin ich kann ja ok wenn ihr brudy bin ich habe ich habe mir für 1.400 john wick geholt dann war es egal dann wegen habe ich mir noch schaltkreis klar gegönnt nein egal dass sie sterben gott ich verlasse und dann hole ich eine schere steinpapier ja ja ich glaube schon das schnick 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 über den rpg lenkraketen davon machen ein youtuber hat ja gemacht so mit schnick schnack schnuck und dann wer oder habe ich hier schon zu gucken dann habe ich gar nicht okay egal ich mache auf explizit kommt ich hol dann warte ich auf sexy schräg klar schräg klar ja warte darauf die ganze so geil habe ich jetzt habe ich nur noch 500 fieber spiel so guck mal kurz guck mal kurz guck schnick 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 mach der immer was anderes doch oder ja guck guck jetzt ich kann mir auch in jährleuel stein schon schön hat er doch einmal okay noch er ist so dann machen wir schnick schon hier habe ich da direitig ja ok einfach nicht machen ich offen chicken doch nicht auf höhere tochter gar ich könnte mir jetzt den warthock oder so kaufen diesen hängegleiter aber für was der ist nicht gut ja ich weiß ich warte bis 60 schräg klar schräg klar gekommen ich habe schätze schräg leider leider nicht hätte ich mir doch gern gut aber du hast jetzt schnick schnack schnack das wie geiler habe ich nicht ich dachte eigentlich ich dachte ich mache das noch vor allem ich habe schnick schnack schnack was er so nicht noch geträgt schon alle geht ja ab wie auf kacke ich gehe auf berg ja okay ja dann gehe ich auch mit auf berg dann kommen die schon wechseln nicken alter hoch ich hab doch gesagt eventuell die towers so atom oder so ist mit so atom alles kaputt ist kommt hoch explosiv so raus noch mal gleich so dachte ich habe ich ja schon mal draußen da gab es den rocket launcher genau 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 da gab es nur rocket launcher granatenwerfer sonst dann bin ich ja pg habe und die die lenker geben da verrocknet oder soll ich nicht machen bleiben ist mir egal und der neue fallschirm sieht so geil aus digger welcher fallschirm in meiner hier pack ich habe mich selber getötet bis zu geil kommst du komm mal wo ich bin ich brauche meine waffe ja ich habe impuls granaten alter der ist im letzten augenblick alter genau weil die explodiert ist runter gesprungen alter und dann bin ich wirklich leider kriegt man auf versuche mal ganz schön zu kommen immer einfach ein rpg oder so kommen wir sofort ich habe keine rpg ja egal kommt zu mir bevor ich hier verwecken ich sag die marmel lenkrake es macht zweier der mensch ist noch zweier der mensch ja ich habe warum hat sich der dingens aufgefüllt auf auf füllen ich habe es ein bisschen machen keine ahnung egal dass nicht aufhören dann sind wir ja du ich habe das machen wir gegen andere vier nein auch gegen solo weil wir nicht auf dem film machen da machen gehen spielen wir gegen solo gegen du gegen dreier teams und so und die falle oder wenig oft um gegen vierer teams aber sehr wenig warten noch zehn sekunden schlaufe noch vorwärts guck mal ich bin der arme alter etwas für vollidiot kill ich bin glaube ich der allererste der sich getötet hat selber jemand das dingens ja noch 4 2 1 0 ok dann geh raus da ich geh raus mach nicht auffüllen bei das ist so nicht mehr aufhören nun müssen so mehr m man hat sich auch für ihn kranke nein auch für ihn machen scheiße ich könnte mir jetzt um den runden den runden ich könnte mir jetzt die pauliert die wuppen was lohnt sich gar nicht mehr wir haben gar nicht reingeschrieben was so ein modus rauskommt haben die gar nicht gemacht haben ja doch klar was so eine regenbogen schottgang das sollte sich aus und 10 9 oh mein gott man kann das schaltet sich manchmal automatisch aus ja irgendwie sowas egal ich habe ich habe zehn sekunden zeit und beim alten fernseher fünf minuten auf trocken hier zehn sekunden gegen die familien immer hier neben mir liegen ich schwöre ja man hat einmal nicht was gerade im fight auf einmal ich habe nicht begraben ich gehe auf berg ich gehe auf berg oh mein gott ja jetzt ist es da eben was ist weg so kommt mich hin wenn wir die tru ganz schnell ich gehe und ja ich will jemanden hin bekommt ein kleinkinderschen ich habe double rpg ich kann die gleiche mitgeben ich habe mir gleich jemanden schon mal gleich jemanden warte 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 guck in den chat 3 2 1 was ich habe noch aus ok hat kurz gedacht dann hätte ich nicht gut begonnen hast du noch noch genug für mich ja ja ich stürte was ein typen ich habe gerade einen typen die tippe aber wir sind noch welche glaube ich da läuft ja auch jemand weg ich hole mir kurz noch jemand anderes hat noch jemanden ich hole ich hole in toni hat ihn ja als ich muss den anderen habe ich auch noch oh mein gott ich bin eine maschine in eine maschine aus fleisch und legendären scheiße und scheiße ich bin die zwei ich bin die zwei jetzt machen ja ich mache mit der hier steuern kann stell dich vorne rauf warte kurz ich muss mich schüttel ich bin stell dich hier drauf los komm jetzt vorne ok dann springen gleich ja jetzt komm da 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 hast du ihn irgendwie hast du ihn irgendwie so ein typ hat mich einfach hier ich hab nur die what the fuck hat er nicht hier noch jemand nicht hier noch jemanden hab ich ja man da ich hab ihn Junge der Kirchen ej ich bin wenn sie mir genau wir haben wir uns bis auf die tippe ich habe ich habe nicht mehr gehen Alter, ich hab zu viel Kills. Ne, ich mach nochmal dich. Los. Warte. Ja, Mann. Ey, Scherer, schnell Papier! Ah, geht leider nicht. Wohin? Komm zurück. Ich seh, kein Gegner. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Nein, fuck. Hiiii. Egal, warte. Warte, ich geb mir gleich die Kiste, die da noch liegt. Egal, egal, komm, hier ist keiner mehr. Es war so fucking, Digga, ich hab viel Geld. Oh mein Gott. Machst du der PG-Money oder wie viel hast du? Äh, 27. Ich hab 37. Gib mir mal 7. Ja, ja, ich geb dir. Los, Digga, ich werd... Komm, wenn jetzt der Walker Rider mich mach, kommt's mir? Ja, okay. Komm hier. Genau, so, jetzt. Warte, warte, Chesh. Ja, okay. So, auf den Berg da. Okay. Spring. Guck mal, ich steuer. Ich werd eingeballert. Egal, egal, egal. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich will hier, macht nur Spaß. Macht richtig viel Spaß. Oh mein Gott, ich hab Damage bekommen. Wieso hab ich Damage bekommen? Weil er runtergefallen ist. Echt? Let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du was? Du steuerst während ich nicht steuer. Ja, okay. Los, äh, spring! Ja, komm, komm, komm. Ja, okay. Jetzt los! Nein, ich bin runtergeflogen. Aber ich hab kein Damage bekommen. Äh, doch, bisschen. Spring. Warte, ich will mich selbst rocket-triben. Komm, siehst du mich? Ich will mich selber rocket-triben. Ach so, okay. Ach so, okay. Warte, warte. Warte, ich will mich selber rocket-triben. Ich schaff das, glaub ich. Warte mal. Ich guck kurz mal gediegen. Ich lenke jetzt wieder zurück. So, warte mal. So, warte mal. Nein, jetzt fast geschafft! Du musst sie ja wieder zu dir lenken, ne? Ja, ja. Egal. 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 Nein! Sprich! Sprich! Ah! Warte, ich will mich selber rocket-triben. Ja, ja, ja. Wo bin ich? Ja, ja. Wo bin ich? Ach da. Okay, warte mal. Spreng! Ich hab dich fast gerocket-triben. Ich hab dich fast gerocket-triben. Ich hab dich fast gerocket-triben. Warte mal, ich will dich nochmal rocket-triben. Ich will dich nochmal rocket-triben. Wie du mit deinem Gameplay spielst, da. Spring, spring! Ich sag spring, aber komm! Ich bin gesprungen, aber komm! Ja, ich bin gesprungen, aber ich bin zu niedrig. Ey, wir müssen bauen, damit wir nicht angeballert werden. Mach mal rocket-tribe! Komm, spring! Aber mach mit der Fernsteuerung! Ist besser! Ja, okay, okay, okay. Warte, ich muss nachladen. Okay, ich spring! Ey, guck, dass ich auf Baum fliege! Warte! Ja, okay, 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 okay! Ui! Ja, hat's gesklappt! Kommt! Hier, ich fliege! Bleib stehen, bleib stehen! Ja, los, 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 los! Schade, Mann! Oh, komm, noch mal! Noch mal! Warte! Mit Leiter? Ich kann nicht mehr bauen! Hast du einen Baum mit drin? Nee, spring! Wie sollen wir das denn so schaffen? Wie sollen wir das denn so schaffen? Egal, spring! Ja! No! Ich hab doch gesagt, wie sollen wir das denn so schaffen? Ich kann's noch gar nicht glauben! Oh, fuck! Ich hab Verbände! Ich auch! Ähm, okay, egal, Alter, du brauchst Hilfe aus! Ey, flieg' mich mal in die Zone, flieg' mich mal in die Zone! Äh, flieg' mich mal in die Zone! Äh, flieg' mich mal in die Zone! Warte! Ich hab' ne Idee! Ey, komm, ich, äh, ich lass' dich niederstrecken, ne? Und dann versuch' ich mit der Fernlenk gestolten Rakete mich auf! Ich spring, spring, spring! Ja, okay! Nein, okay! Nein, oh, fuck! Fuck! Egal, was du noch mal noch mal! Lass' du noch mal! Ey! Ich hab' dir jump' jetzt, ne? Ich hab' dir jump' jetzt, ne? Ja, dann lass' du in die Zone jump' Äh, komm, äh, warte, ich, äh, ich, äh, 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 ich rock' jetzt weiter dich, ja? Okay, ja! Na, warte! So! Ähm... Spring! Ach, mein Fernling! Okay, das ist doch besser, oder? Spring! Oh! Spring! Let's go! Das ist besser! Komm! 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 Jetzt zu mir! Warte, warte, warte! Ich, ich, ich mach' das jetzt! Spring drauf! Spring auf meine Rakete, wenn sie kommt! Nein! Nochmal, nochmal! Ich komm' zurück! Ich komm' zurück! Warte, nochmal, nochmal, nochmal! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Nein! Nein! Los, los, los! Spring! Mann, du musst springen! Warte, nochmal, nochmal! Du musst springen! Ich komm' mal! So! Spring! 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 Let's go! Ja! Wuhu! Los! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Na, oh! Es kommt so mit ihm. Egal, es war so fun! Let's go! Jetzt, jetzt mach ich weiter zu dir, dann versuchst du mich wieder rocket zu ridden, ja? Ja, 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 ja! Okay, los! Okay! Spring! Spring! kann schon mal sein okay komm ich mach so ja ich hoffe ich habe dich in die zone ja kommt ja okay ich komme so nach vorne nach vorne nach vorne ok springen mach weiter werde ich bin 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 ich will ich nicht mehr es macht so fun okay komm spring spring da ist eine andere da ist eine andere da ist eine andere scheiße egal ist es macht so fun das weitermachen die gas war geil und kreisend die erhebte und es schon so schön zum beispiel von kürzchen und kunden ich mache noch fahren weiter ja mann ich gehe ich krieg morgen noch mal 100 v-barkeit 7 euro und mit 100 lieber das sind besser wir haben um habe ich was ich dann zu machen anfang man kann sie selber spielen du scheißchen ja mit nächster Zeit um die Modus um zwei Wochen lang oder so wie eine ja aber wahrscheinlich nicht weil Gott alter aber danach wird die Tauswecke bringt Komma zu mir ich will aber vergeht leider nicht auch wieso gibt es hier eigentlich nicht die Neue oder dann kriegt auch in dem Modus mehr Holz ne dann kriegt den Modus auch mehr Holz ja ja oder nochmal so ich freu mich ich geh wieder bringen ja 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 das war ja noch mal dreck hallo wenn du von mir hallo hörst ja ja hallo hallo okay alter das kommt voll spiel das anders kommt irgendwie eine sekunde später anhöre ok ich fliege hier ist auch eine kiste wenn ich hier neue rocket launcher drin ich sag was du ja mann nein hier ist einmal so ein schneeballwerfer drin oder was das ist hier so eine kiste kommt schon bei dir jetzt kommt ja ich habe ein WG was ist also fick ihn doch ja dann tötte ich mich hier selber ach so ich komme gleich ich wollte noch ein bisschen looten ich komme ja hab ihn schön wieviel oder der hat dann mal hat ihn nur so gut ich hab mir die gefühlt und schüttung ich habe auch mit ihr und der hatte auch mit schüttung für mich das war mein schildkant eigentlich aber mir die kräfte ich habe mehr apg hast du die neue ich habe einen kriegen wir noch jemand hat die schon so ein bisschen schüsse die ist gut ja ich weiß aber die war wieder die normale apg ich habe einen big chili für dich bei mir ist wahrscheinlich jemand ja bei mir glaube ich auch weil er ist schon ganze zeit neben mir so ein irgendwas so geballert ich sehe dich wir brauchen die apg also die neue äh ich helfe dir ich komme in warte kommt er los er ist so laut du kannst du praktisch pick axis heimisch der unten also eine etage tiefer Komm, heil mich! Heil mich! Jungs, was ist denn? Oh, oh. Egal, der ging nicht bei uns rein. Jetzt geht er bei uns rein. Jetzt geht er bei uns rein. Ja, bau zu, bau zu, bau zu! Die ganze Zeit. Ich muss kurz zählen, ja? Ich muss kurz zählen, ja? Komm, wir runter. Ufa. Warte, ey, 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 ich hab, äh, den Medipack erst... Hab schon, hab schon, hab schon. Oh, geil, Digga. Oh mein Gott, let's go. Let's go, warte, ich, ich guck mal, wer hier auf uns ballert. Es ist ein Ziel, ne? Also, ich weiß, dass es ein Ziel ist, aber... Oh. Oh, ich hab schon angeballert. Und wieder falsch. Eine, eine, eine. Hab eine. Hab eine. Hab eine. Hab noch jemanden? Hab beide. Und eine neue, neue Lenkrakete. Neue Lenkrakete. Nein. Wir brauchen jetzt nur noch... Ey, ihr setzt Lenkerfeuer genommen. Genau. Schau, Digga. Ich... Junge, ich bin so geheim... Ne. 74 Schuss hab ich. 74 Schuss hab ich. 74? Ja. Warte, komm, 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 komm hier rein. So, wir machen jetzt Rock'n'Ride. So. Okay. Kannst du mir ein bisschen, äh, geben? Ja, hier, hier, hier. Okay. Okay. Okay, spring. Los. Nein, schade. Fuck. Nochmal. Du guckst so aus, wieso... Nein! Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so knapp. Geh warte nach vorne, geh warte nach vorne. Geh warte nach vorne. Geh warte nach vorne. Okay. Geh warte nach vorne. Geh springen. Geh springen. Als ob's egal, es ist so krank. Nochmal, nochmal springen. Komm, lass hier hin auf, äh, glatte Fläche. Okay, ist zu spät. Nochmal. Du musst nur schießen. Ich, äh... springen schon. Nein, du warst nicht drauf! Was machst du? Guck, ich hab... Was? Heil mich. Ein top, Digger. Ich dachte gerade schon, das wäre schon... Pokémon, komm. Ich bin so, wie so kleines Mädchen, ne? Ich freu mich schon. Okay, nochmal. So. Warte, ich hab ne Idee. Warte, nochmal. Spring, spring. Okay. Warte, nochmal. Du musst halt den auch finden. Du musst halt den auch finden. Nochmal. Okay, ich muss immer vor deiner Fresse sein. Ja, mach. Da, 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 da. Oh, okay. Ähm, das tut mir leid. Wegen dem Schild. Das... Hier ist so ne Kiste. Hier ist Legendaries. Ich hab, äh, eine... Ich hab den jetzt für dich, ne? Äh, wer ist nochmal? Äh, Schild dran für dich. Oh, äh, äh, Legendary Rocket Launcher. Hier, ich hab nur einen für dich. Ich hab nur einen. Danke. Unten liegt auch noch ein Legendary Rocket Launcher. Ach, das machen wir so. So, hier. Let's go, Digger. Das mach ich mir auch so auf trocken. Okay, let's go. Ich gönn mir kurz Mini, äh, ich gönn mir kurz dran. Okay, dann... Dann, dann... Lass noch mal Rocket Riden. Ach komm, das... Das können wir doch so überhaupt noch, ne? Ja, komm, das machen wir doch. Takt, 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 die Mapste. So. Und dann ist noch ne Kiste oben. Ähm, ich glaube, das sieht nicht mehr so drauf. Boah. Hier ist noch ne Kiste, Junge. Hast du echt noch so ein Spiel? Lass nochmal Rocket Riden. Ja, komm, 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 ich mach' ich so, ich werde dich jetzt. Warte. Ich will das ausprobieren. Ich geb' dir jetzt Materialien. Oh, bereit. Hast du Materialien? Ja, hab' ich. Okay, komm, du musst jetzt mit Materialien sofort dann... Oh, oh. Oh mein Gott, okay. Warte, 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 warte. Ich hab's nicht gesehen. WTF? Ich konnte nichts machen. Wieso kann man kein Do spielen? Egal. Egal, das macht trotzdem so fun. Soll ich mir was holen? Noch was holen? Oder ne? Wartok? Wartok? Ne, ist was scheiße, ne? Wenn ich jetzt gespart hätte, könnte ich jetzt Impuls Hacker holen. Ah, ne, ne, kann ich nicht. Imperium Hacker. Ne, ne, kann ich nicht. Pokémon! Ah, das tut selber weh. Lass mal woanders sind, wo gar keiner hin ist, dann ist die Chance geringer, dass wir sterben. Jump Junction zum Beispiel, Left Jump Junction. Oder, oder, ja, Jump Junction ist doch gut, oder? Ich hab ein legendary... Oh, okay, äh, Lars. Warte, warte mal, wohin? Äh, Green River. Luline Lod. Luline Lod? Luline Lod? Luline Lod. Luline Lod. ich habe ein gut gut da hat er Schiener so ja die jemand kommt mit nach Kursi auf jeden Fall wo er und so kann bei mir entweder neun ja denk ich in der ja das hat mir zehnmal kostenlos in Chinese Essen oder so ne war das und sind für die Wurzelstück Schalko nach dem Motto 7 Mauer und ich hab jetzt gesagt ich bräuchte einer geht dahin aber er ist schon auf der Erde ich gehe auf das Haus nun jetzt ich glaube dass wir auch so lange er geht ein in der Nähe hier hin und das ist das Haus Du kommst da? Schau. Lass mich gleich bombardieren. Ja, das... Wir kommen morgen wieder auf Chinesen? Hä? Ich weiß nicht. Ich könnte es jetzt schon bombardieren. 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 Oh... Ich hab hier keine Bombe. Hä? Ich hab eine RPG. Ich hab eine RPG. Ich hab noch eine RPG. Hier ist eine legendary RPG. Ja, ich hab drei RPGs jetzt schon. Ja, äh... Wie weißt du, willst du noch? Hier ist eine RPG, kann ich machen. Hab ihn? Ich komme! Ich komme! Hier ist noch jemand vor der Tür. Ja? Ja, den hol ich mir grad. Ja, den hol ich mir grad. Hab ich? Hab ich. Ja, aber... Ja, aber... Meine Granaten. Ich brauche unbedingt die Rockets. Achso, hier, dann... Da liegen die. Spaß, ich hab schon eins von sich hier. Komm, komm, komm. Let's rocket ride. Spring. Nee, nee, was machst du? Nee, komm. Stell ich hin. Ganz nach hinten. So. So. Auf den Berg, ja? Willst du auf den Berg? Warte kurz. Nee, Digga. Einfach so, einfach so auf chillig. Los. Komm. Spring. Spring. Da ist jemand. Da ist jemand. Ich weiß, ja komm. Los dahin. Dahin. Los. Ah, du wolltest dahin, Rocket. Ja, Digga. Los dahin. Okay. Äh... Egal. Ich brauche seine Raketen, ne? Hab ihn. Okay. Komm jetzt, äh... Oh. Der ist ja noch einer. WTF, Mann? Du hast Pony gebaut. Er kommt. Er kommt. Junge, du bist so ein kleiner Schniedel, ne? Schniedel, ne? Wenn du jetzt schiefst, ne? Du bist so dumm! Wie kann man so verhindert und doof sein wie du, Alter? Ich hab ihn noch geholt. Ja, aber trotzdem. Du hättest so schön noch am Leben bleiben können. Oh, Mann. Eier. Oh, Mann. Eier. Ja. Äh, drück schon mal bereit, komm ich wieder. Das macht doch fun. Ja, ja. Ich liebe... Was ist denn? Das ist alles. Das sind die da. Ich frage mich, wie meine Schäler machen muss. Guck, das sind eigentlich die da. Ich liebe Woche. 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 You fool. Eu story. ätteh Butcher von Flirekt Ich liebe Woche. Ich liebe Woche. Ich liebe Woche. krrrn. 係 was 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 Also ich dachte Grün ist mit mir, rüchte ich ihn aus. Ich schwöre, Alessia, da ist sauberer Schiff. Ja, Alessia, Alessia. Ja, Alessia, 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 Alessia. Ja, ey, ich hab grad den Boss geführt des Todes gemacht. Ja, versuchst uns groß auszufliegen, ne, hier sind ja auch schon zwei andere. Komm, lass uns ins Rode aus. Ja, aber bei mir ist keiner so wenig. Kannst auch kommen, wenn du willst. Komm, Lenk-Raketen-Wasser. Tak, Raketen-Wasser. Noch ein Raketen-Wasser. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ja, ich kann die RPG gleich geben. Dann gib mir mal eine RPG. Dann gib mir mal eine RPG. Dann gib mir mal eine RPG. Hier liegt noch eine RPG. Und hier liegt noch eine RPG. Und ich geb dir noch, äh, das reicht hier. Gib mir eine RPG noch. Ja, eine RPG nicht. Ja, die ist noch im anderen Zimmer. Die war noch im anderen Zimmer. Hier guck bei mir, hier guck, hier oben. Munition? Wieviel hast du 13, ne? Ja, ich hab auch 13. Jetzt hab ich 29. Weil ich einmal eine Torf gemacht hab. Munition. Loil, Alter, wie geil das einfach so ist. Da ist ein Gegner. Da ist eine Kiste, Alter. Ich hab fast eine Kiste zerstört. Bitte schieß mir jetzt nicht runter. Ich hab die jetzt nicht runter. Hinter dir ist ein Bunny. Pass auf. Hinter dir ist ein Bunny. Mach's auf. Mach's dir rein. Hinter dir ist ein Bunny. Wot the fuck? Hinter dir ist ein Bunny. Ja, Heimel würde. Ich hab' das nicht richtig gesehen. Warum? Ja, ich hab' das nicht richtig gesehen. Da war' die Idee. Wie lange fühle ich mich eigentlich schon? Kein Plan. Wir sind schon, ne? Ja, mach' mal auf. Ja, mach' mal auf. Der hatte zwar alle beide Ahr tenir zu Raketenweffer. Was? Ebisch威fer hier. Ja, aber kein, kein Dings neuer. 28 Muni, ich geb dir die Hälfte, ja. Ich hab 81. Nein, bin ich. Grüße geht los von mich. Ich hab 61, Digga, deswegen brauch ich nicht. Junge, ich liebe es, du kannst niemals weggehen, dieser Modus. Ich würd nur noch ihn zocken, Digga. Ich schwöre euch auch. Nur den. Hier, Tür auf. Tür auf, Bitches. Tür auf, Bitches. Das ist doch ein Mehlipäck. Ich will mir doch sein Mehlipäck. Hey. Warte. Ich hab's nicht mehr. Hallo, ich hab's nicht mehr. Hallo, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Auf einmal. Das ist doch super. Nee. Wollen wir das Haus wegbombadieren? Wegbombadieren? Weiß ich nicht. Gibt es da noch ein bisschen? Ich würde schon belegt. Keine Ahnung. Ich hab ja keine Ahnung. Ähm, zack. Zack, Digga. Los, zack. Das mache ich. Schön, Digga. Alles denn noch wegmachen? Jo, das Haus fliegt. Es fliegt. Okay, wir müssen in die Zone. Fuck, wir müssen in die Zone. Ja. Hol dir noch die Kiste und dann lauf in die Zone. Wir können auch rocken, rocken, ride mich in die Zone. Ja, ja, gleich. Komm, schnell. Die Zone läuft schon. Die Zone läuft schon. Ja, ja, warte, 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 warte. Noch nicht, noch nicht. Du musst den Lenkraketenwiff irgendwie bekommen. Ne, egal, ist egal, komm erst mal. Was war das? Ja, ich hab grad mal ganz schön weg. Hallo. Komm. Komm. Ja, ja, komm jetzt. Hallo. Wir sind grad ne Runde, ja. Wir sind grad ne Runde, ja. Hehehe. Ja gut, auch mit 125 Leben bist du One-Shot. Ist so die Sache. Ne, mit 121 Schlägen bist du nicht One-Shot. 121. Doch, jeder Rocky Launcher macht mindestens 125 Damage, ne? Oder? 110 Schaden, 110, 116. Ach so, okay. Ich dachte, die machen eigentlich mehr. Nein. Okay. Komm, ich lasse. Ja, okay, okay, los, 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 los. Schieß schon mal, schieß schon mal. Schieß schon mal, schieß schon mal. Spring, warte, spring. Ja, Junge, schieß, nein, spring ich. Warte, nochmal. Spring. Wuh. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, Digga. Ja, Mann. Der Baum. Ich halb mich. Alter, so, du kannst nichts mehr, so die Sache. Hehehe. Rock and Ride mich nochmal, Digga. Und dann in die Zone. Ja, ja. Los, nochmal. Also da, da hin ungefähr, da. Ja, ja, komm her. Junge, was kannst du eigentlich? Ich laufe in die Zone, kein Bock mehr auf dich. Ich springe auf dich. Ja, du bist echt so ein ganz schlauer Bursche. Ganz schlauer Bursche. Komm, spring. Warte noch nicht, warte noch nicht, hallo, komm her. Hallo. Okay, warte, warte. Spring. Schiisch, wir mal. Schiisch, wir mal. Spring mal. Spring. Wo? Mach mal. Ja? Mama. Junge. Mach es doch einfach. Spring. Mach es doch einfach, hier zu meinem. Spring. Junge. 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 Wie kann man so blöd sein? Wir werden schon längst in der Zone, Digga. Wenn du nicht mal treffen kannst, weiß ich nicht, was in deinem Leben los ist, ja? Junge. Wer hat bei dir falsch gefickt, Alter? Okay, komm. Jetzt, jetzt bin ich mir sicher, dass ich das richtig mache. Wir werden schon längst in der Zone, Digga. Aber ich dachte ja, komm, vielleicht schafft das ja. Aber nein, er ist zu dumm dafür, Junge. Ja. Das Ding ist, ich werde wetten mit der Zone sterben, weil ich hab jetzt noch 10 Sekunden zu leben. Kannst du mich wiederbeleben, ganz schnell. Hallo. Bitte. Hallo, bitte. Bitte, ich lebe noch eine Sekunde. Hallo. Bitte. Hallo, hol mich Tyler, bitte. Tyler, bitte. Bist du blöd? Ich will dich doch nicht. Ich meine, du kannst nicht. Scheiße. Oh mein Gott. Ah. Help. Letzter, warte. Help. Ja, Letzter. Versuch in die Zone zu kriegen. Das ist unmöglich. Nee, hier ist eine schöne Kiste. Vielleicht können wir dich abholen. Hier ist ein Medic. Nice, Digga. Let's go. Hey, let's go. Da kannst du mich holen. Da kannst du mich holen. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. sino doch, in lag timing kann ich nicht. mods EBW την er ins Kiste damit streitet. Nein. Ja, aber nas тем, как бог, was içers comments. Der hat mich richtig getroffen, Alter. Was ist deinifi? Ja, decor uhl, nicht andersrum. Ver suas am Ende. wo ein schild an der mindig und schaut das immer noch nicht wohnen schaut Ach so, ja, ich echt. Jungen, halt die Schnurz, jungen. Halt die Fress. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Treff, 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 treff. Okay, das war ja voll verflixt und zuge... nee. Was macht das? Go, Digga. Er so, hör, komm. Komm, geh mal mal noch, Junge. Ich baller dich mit meinem 4er Rocket Launcher weg. Wie ich deine Mutter weggeballert hab. Im Bett? Ja, klar. Ja, wo ist er denn? Hä? Kleiner, großer Zauber, oder was? Ja. Mach mal mit dem, äh, versuch mal mit... Oh, oh, hinter dir. Oh. Zwei Stück. Zwei Stück auf deine Mutter. Okay, das всех però Gray till... Nein, das noch ist auch mal mit. Wie ist alle manchmal geldern? Nein... emba Commission. Das noch ist doch nicht das, was machen wir ja. Was?! Ja, denn hässlich! Salami. Ja, das geht. ich stehe hier so mein leben neue waffe ist schon am start die karte kann ich mache dann robin wutz heißt ja egal dass grüßiger dann raus wenn du mich mal siehst wenn du mich mal sie ist aber straße es gibt der eine jungen wie ich die beiden geht und wir sind tot du kannst reinkommen was willst du noch mal holen sechs schräg lage ne ja ja ich schon geil oder na nein ich weiß die steuern kommt der rein oi du hast den schönen eis und auf okay alles klar stein ja genau fahrrad ja genau mein charakter gewinnt gegen mich ein schnick schnack schnuck er hat wieder schere ja mein er hat blatt aber nicht das gott gefurzt nein meine kusine aber du schwein er fuhrt sie einfach hin alter ba junge er fuhrt sie einfach hin was ein pedo dinge ba jung wie kann man so ein kleines schweinchen sein wie du junge ich bin zwei jahre alter genau genau wir fliehen heute wir fliehen heute das macht so fernhalter kleinen kleine schwester geschlagen oder was so klein wie wie sein schwanz alles war ganz berg ist einfach keine mann ich krieg ich werde bei ihm ja bitte kommen ja ich komme ja bitte 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 ich war damit der pg rein bitte ich renne renne zu die ich renne ja jung guck auf karte ich renne warte wo ist der wo ist der wo ist er ja die gar nicht warte ich ihr rechte durch ich möchte das unten das unten und der slow tötet ich einfach selber mit ja schön die gar nicht das sind ja aber kommen er muss einfach verraten ok gar noch mal deswegen waren das endlich mal irgendwo wo kein gegner hingehen da können wir rocketschweiz machen so versuch von halt er ja lasst mal versuchen so dass jemand auf eine lenkrakete gerocketschweizt wird und der andere ball hat auch eine lenkraketenwerfer und jemand der muss genau in der richtigen zeit noch runterspringen und dann auf die andere lenkraketen wieder zurückfliegen das war voll geil dann oder ja die findet man da so schnell die findet man da so schnell hey i fuck you fuck you fucking believen okay wir fliegen trommelwirbel fliegen trommelwirbel fliegen wir können hier nicht ein modus immer einen monat drin lassen es werde voll geil und dann jeden monat neuen modus oder so das war voll geil ich würde feiern da müssten jetzt packt da ist schon egal jeder trotzdem aber er hatte nur eierwerfer gab es geschlecht ich geh in das haus ich hab mir gerade eine eierschale schale geschnitten es tut immer noch weh ich kann nur diesen dreckigen eierwerfer mann ich hab einen blauen rakete werfer ich hab den neuen raketenwerfer ich hab den neuen raketenwerfer er bringt mir komm mal zu mir ich will den rocket tribe mit dem machen also ich fliege kurz mit der neuen rakete ich komm mal zu meinem luke ich mach ne 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 ich wache mich mal nein ich komme ich komme ich bin tot ich bin ich wurde mit impulsgranate getötet tyler komm mal ganz schnell zu mir bevor der mich finisht tyler er kommt er kommt tyler bitte 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 hör auf mit dem rakete tyler kommst du mir mit der rakete ja tyler wow check ich hab einen check ich hab einen check ich hab einen die wärst bei mir hilft mit deiner rakete wenn du schon mal eine rakete hast dann hilf mir überhaupt das war in die fresse von ihm er hat ein leben was oh tyler mach irgendwas die zweite kill du mal siehst einfach wie du an der in story arbeiten du mal siehst einfach wie schon wie schon genug yapıl papiert oder so Oh, mach jetzt irgendwas. Ich seh's nicht. Okay, nochmal, wir kriegen mal irgendwo hin, wo nicht so viele sind. Ja, Loni, Lutsch. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Afghanistan, Afghanistan. Oh mein Ei, nein. Ich höre das mit dem Schengschangschung ist voll geil. Schengschangschung, Chinese im Karton. Ja, wow, hast du jetzt auch bemerkt, du Affengesicht oder was? Ja, du China Nudeln. Und man ist nur Eierbeeren, ich will keine Eierbeeren, ich will keine Eierbeeren, 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 Eierbeeren. Nein, ich glaub nicht, die Rakete fliegt, glaub ich, weiter und du bleibst ja verstehen. Lass mal Anarchie. Mh, mh, mh. Wir gehen, sorry. Ne, wir gehen, fressen. Ja, okay, fressen. Ach, aber in der Lobby, wir haben den Rocket Trade geschafft. Ja, der Lobby Malaysia. Ja, hab ich, hab ich eben gefunden. Und wir können zum Beispiel rumfliegen. Jeder braucht einen Lenkraketenwerfer, da können wir Rocket-Drips auch ein Ende machen. ja ich bin doch immer zwei leute ich habe die 5 6 7 8 dann mal hier ich gehe hier ins grüne Haus oder ins fette viereckige ich geht bei ihm kommen noch hier alles fachleute ich habe keine waffe und ich muss so laufen ja ich hab noch zu weit geschafft mann der genaue das war keine waffe und wo ich glaube ich sterbe ich sterbe als Jungfrau oh mein Gott was mache ich was mache ich was mache ich oh mein Gott what the fuck what the fuck 2 kills ey ist ganz slow bitte nein ich hatte 3 kills what the fuck dein ist noch niedergestreckt nur weil ich Eierwerfer hab digga los gib ihm los digga das ist so nice Mann aber leider bin ich tot sterb töte dich einfach los der zweite macht es keinen Sinn oh 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 nein holt sie mich das war das mit wo oh 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 wir gehen nie wieder präsent nein 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 was man auch wo hingehen wo keiner hingeht und mega loot mega viel loot ist jankt junction ja ok da geht auch keiner hin pokémon Wegen mal, bogemon Geist du Lonnie? Gaja Geist du Lonnie? Geist du Lonnie Ich hab 3 Raketenwerfer, ich hab 3 Raketenwerfer. Ey Tyler komm zu mir, komm zu mir hinter dir. Freakman! Ja ja, schieß Baller! 3 Raketen auf deine Fresse, los! Nochmal! Schieß! Schieß! Du bist doch sch... Nein! Flucht vor der Wand! Ich geh Solpi! Flucht vor der Wand! Dann geh ich Retail Road, das ist besser Rude wie Lonelidge! Doch, lass Retail Road! Auf trocken! Nein, Retail Road, hab ich gesagt! Mit, äh, Ding! Mit, äh, Ding! Freund, an ein bisschen zu dir! Guckt ihr, äh, Ding! Nein! Ja, versponiert! Wir sitzen ja Abend um den Teamleiter. Ja, wir sitzen ja Abend. Ja, wir sitzen ja Abend. Ja, wir sitzen ja Abend. Ja, wir sind ja Abend. Ja, wir sind ja Abend. Ja, du hast gesagt, äh, die war noch zu kurz, und war hier! Ja, wir sind ja Zeit. Das ist ja echt mal so. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Wenn ich nur jetzt, ähm, den Film anmache, dann ist es ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. doch gar keiner gibt ich mache so ein scheiß ich gehe hier hin und das haus er hat die peter ratten kommt einer mit mir würde ich finde ich schon wieder verringt ich habe schon zwei ich habe eine pg hat zwar er begeht weil ich jetzt noch mal die türen der floh der floh dann brauchte ich einen dauerkopf nicht blöd nein hier sind niemals welche also mach mal so wenn man damit kommen kannst du schon mal ganz ein erlaubt er hat ich bin nun schon wenn ich mich selbst vergebildet erläutlich zu stellen ein ganzes Haus der Koffer an das muss ich er kann er hilft mir als teiler aber ich weiß nicht es gibt als ob ich weiß nicht dass hier noch eine tülle gibt oder sonst für öffne dich die hat nicht geöffnet ja für was braucht man hier türen in diesem modus ist so alter man hat damit erfüllen nicht schon so junge ich gehe mal ins hausrenne aber leise okay das war das rpg in real life weisen wo in real life so ein hier ist mein haus ne öffne mal ganz schön die tür ich komme gleich wie habe ich doch mal früher als gemacht rpg brauchen war als danke teiler wenn ihr dafür weiter bis hin komplett beschissen ja bitte okay ich komme ich habe 71 rpg er wenn ihr wenn ihr muni äh kist und muni findet er kriegt immer so 20 raus was kriegt die neue rakete spaß fliegt mir gleich mal auf der welche ich fertig gehalten ein make look oder so kommen lassen rockeride mich rockeride mich erstmal okay geht er weg geht er weg nein er soll mich so los schießt immer er gibt mir mal die lenkraketie ich zeig dir das mal guck ich stell dich mal hin ich wollte dich mal geh jetzt nach vorne und spring dann Junge hör doch mal auf wieso machst du das weil das ist nicht kaputt alter nochmal spring du musst spring nochmal was Junge ist das halt scheiß ernst alter was ich mach das mal spring du bist echt zu blut ne hallo geh mal nach oben oder spring mal Luke spring jetzt mal warte egal egal ich schieße und dann musst du schon springen ja guck mich an mail Luke und dann weißt du wann du springen wirst ja natürlich früher ne spring ein mail Luke spring mann fuck alter ja nochmal spring 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 warte was da drauf was machst du nochmal spring Junge warte 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 ich hole dich da runter warte du bist so schnell warte warte ich hole mich spring ja okay warte spring 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 Junge, mach das doch jetzt einfach! Du bist so schnisch, Mann! Ich steuer dich dahin! Warte, mein Kotor ist eine Wattkuss. Okay, so, okay, warte. Okay, halt mich, halt mich, halt mich, halt mich! Der Flo, der Flo, der braucht ein Haus im Wald. Ey, ihr könnt es nicht, ne? Okay, los! Okay, komm! Spring! Ich hab mich nicht aufgepasst, das war kacke von mir. Der Flo, der Flo! Warte, warte, warte! Nein, 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 nein! Ich mach dich, ich mach dich, ich kann steuern! Spring! Heil mich, heil mich! Die Tode! Rockawide mich, rockawide mich! Freak mal, rockawide mich! Los! Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell! Mach, 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 mach! Los! Go! Spring! Mach mal! Okay! Spring! Ich mach's doch! Spring! Ich mach's doch! Ah! Macht das gleich! Nix! Ach Scheiße! Freakmann, komm und heil mich! Ich war die Sperre! Ich war mal die Sperre! Ich war die Sperre! Auf und 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 heil mich! Entschuldigung! und dann heil mich! Ich hab' Verbände deswegen! Warte, ich will was auspropieren! Kann ich dich! Ist schon getrennt! Ne, kann sie nicht, leider nicht, nein! Hey, das ging doch einmal! Nee, Digga, das scheiße! Schnell, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich! du musst Maelook erstmal heilen, oder? Nee, er verreckt doch, ey. Das ging nicht, Maelook. Rockawide mich nochmal. Ja, okay. Ja, okay. Spring. Spring. Oh ja, geil. Ich komme ganz in die Zone, glaube ich. Ich muss auf das Dieb jetzt abspringen. Ja, ich bin in die Zone, ich bin in die Zone. Los, komm, Freakman, lauf. Ja, jetzt komm. Alter. Lauf, ich bin in die Zone, gerade noch gekommen. Ich habe meinen Bauplan noch in der Hand. Ah, wie der heißt der? Wie der heißt der? Komm, bei mir sind die Gegner. Lauf! Wenn wir hier... Verflogen. Heil mich. Ich habe es einfach geschafft. Komm, ich rocket trade dich gleich nochmal in die Zone. Soll ich nicht mit der Lenkaketen rocket trade oder mit dem normalen? Machen wir normal, Digga. Also ich habe mich kurz gekürzt. Ich komme. War nicht mit der Lenkaketen. Das ist ja nicht mit der Lenkaketen. Ich bin in die Zelle beltet. Ich bin in die Zone. Ich bin in die Zone. Aber ich bin in die Zone. Ich bin in die Zone. Ich bin in die Zone. Ich bin jetzt zu dir. So ich komme. Mach dich schon mal bereit. Mama, passiert bei dir. Oh. Das war's dann auch schon? Oh mein Gott, die tun schnell. Die ist gar nicht schnell. Oh. Jejejeje. Ballet die doch ab. Ballet die doch mal. ich bin 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 ich komm zu dir ach irgendwie macht er jetzt einfach noch dann noch da in der loslauf das wurde von den anderen karte ich steuere die noch eine feine steuern noch auf trockenlos steuer die für verrext ok ich habe schon ich könnte ja noch ist genau das schaffst du und die zeit geht aber schneller los nein wenn du es rausgegangen der floh der floh Da braucht's noch nicht. Äh, älp, Tim. Jo, willst du aus der Party fliegen? Spaß. Kannst reinkommen. Ich, ich kick, äh, Wüte. Soll ich komm gleich? Ja, okay. Dich sind wir bereit? Hä, warum bist du geworden, Tim? Ja, okay. Was? Haben Sie zu weit auf der Vier geboren? Ja, ich habe zu weit auf der Vier geboren. Ich bin der Vier geboren. Ach, ich bin der Vier. Ja, ich bin der Vier gekommen, aber... Dich, ich bin der Vier geboren. Ich bin der Vier geboren. Untertitelung des ZDF, 2020 ich bin ja in der Haare aber wir machen voll coole Uhrzeit ich bleib doch eben war es so lustig, ich wollte nicht selber, aber Rocket Rhyme bin aber selber gestorben so traurig ja ich weiß dass du, Bombes war traurig ich mach's nicht Rocket Rhyme, was hast du gesagt? jetzt neue Lenkrakete direkt als erste Woche nice alter bei mir epische Raketenwerfer ich hab ein Rocket Launcher normal warte mal soll ich zu dir hinten da macht jetzt selber warte ich sehe hier jemanden ich sehe bei dir jemanden, ich komme kurz ja hier im Haus hinten drin habt ihr aufgeballert ich hole mir den schimmer allah Mike hab ich ihn? ja schön ich bin tot ich bin tot Tyler oh fuck Tyler ist auch gut wir haben die auch keine Ahnung Tim hat geregelt und lass mal irgendwo hingehen oh lass mal irgendwo hingehen wo keiner hingehen wo keiner hingeht er geht vor viele hin der flucht der flucht wie oh oh der hat gewonnen ja ja man ich wieder Ja, ich weine, ob sie los ist. RPG, 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 RPG. Ey, Tyler, komm, Rocket Tribe. Ach, was, Tyler ist hier weg. Oh nein. Rocket Tribe. Ja, das geht auch fast. Wo sollen wir hin? Retail, oder Lonnie Lodge. Was ist, keiner geht? Von Lonnie Lodge, keiner geht hier denn hin. Ja, Moin, keiner geht auch hin. Ja, das ist Lonnie Lodge, da geht keiner hin. Oder zwei. Oder schon wieder, ah, wohin? Ja, das ist so. Das ist so gross, das ist so gross. Ah, f***, 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 f***. Ich will nicht, f***, 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 f***. Nee, wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Ja. Ah, mein Arm. Ja, mein Arm. Puh. Mach's aber was. Wieso? Weil du heute mal übernachtst du dich. Kommst du nicht einfach her? Wir fahren heute Morgen mit in Chinesisch mit deiner Oma, sowas bringt's. Wieso kannst du überlegen? Nee, jetzt kannst du schon schützen. Ich brauch keine Waffe. Ich brauch keine Waffe. Ich brauch keine Waffe. Ich brauch keine Waffe. Eskalation. Eskalation. Hast du noch für mich, Freakman? Ähm, man hat wirklich. Ich hab keine RPG. Ich hab keine RPG. Ich hab zwei Stück. Ähm, ja, ich hab nichts. Ja, perfekt ins Fenster. Ich hab drei. Kommst du zu mir und gibst mir vielleicht eine? Ja, gibst mir vielleicht eine? Ja, sag. Hier ist eine Kiste. Ich hab nur alle Werfkanonen. Ja. Deswegen? Bitte kommst mir. Dann geht's dir mal. Wow, den Kistel. Ey namen geht. Bitte, kommst du mir. Oh, den ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Mich Hackman! Fight is analog, look. Ich bin dein bạn. Is нагo? Diese48? Nein. Okay, viele Leute, diens?" Ich hab doch diese Produkte. Huh, ist ein elf? Uh, du hast mich? Ja, toh. Hi, wallo! Du bist einfach einfach rein. noch immer NICE ich hab auch Menchilis er geht mir Menchilis ich weiß nicht, ich hab zwei Nein, ich hab 200 Leben aber ich hab trotzdem nur zwei Schüsse aus wie ist das? bei Jason, ne? ja, ja Loh denken sie? Ah hier war schon jemand Tito, 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 Tito Hallo? Denk sagt ihr, die Werfer können nur vom Küssen kommen ne? äh ne ah doch doch ich glaube schon ne 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 nö die liegen überall was nosotros? ja gesehen das wird dreckig ne ich hab vier raketen wirklich in die glücklich hier einfach hast du den lenkraketenwerfer ja hab ich gefunden da geht mir reden ich will auch mal hast du ja ich kann 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 ich habe mich mal eine runde hinter dem blauen auto ok springt ja in die zone aber nicht so weit man nicht also nicht so hoch wenn ich ab in die zonen lenken die dritte dort oben ich so okay es kann dir kommen weiter er in die krein kommen die die EU aber wissen was ich versuche mich wieder wo es selber machen zu holen Der Fuhr, der Fuhr, der baut sein Haus im Fell, und ne ganz kleine Wurzeln, die sich und ganz beitüppeln. Oha. Warte, jaja. Ich schaue. ich 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 es ist Lennon in den Nennen in den anderen was mit so einem der BG ist so schön ich bin so verliebt in diese Waffe was macht der Freakman da hinten da ist der Ehrmacher ich brauche jetzt zu reiten Soll ich die Rock'n'Riden, Tim? Spring! Ich hör' dann noch mal. Ich hör' dann noch mal. Spring! Okay, noch mal. Ey, Leute! Leute, ich komme! Spring! Warte! Warte, warte, warte! Warte, warte... SPRING! SPRING! Huh? Noch mal, los, spring! Okay, hey, gramscipp, spring! Okay, okay, okay. No, noch mal! Ich sag' dann, PREIN'T MAN panic! und darin ich bin 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 ob er mit dem mann und kommen warte spring die wahl die wahl hier ich bin ich und so die die wir er 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 kommt der ich habe 97 schuss ich hole dich ab ja springen dann gleich du musst früh genug springen ja wieso bist du blöd oder so alt aber ich kann man so verhindert sein nein da war ja dieser ast und hat mich runtergeworfen explose mit ich bin bei dir ich bringe ich nehme hat er ihr müsst ihr müsst ich hole ich von hinten abwarte warte noch mal also leute ich komme so ich komme von hinten ich spreche ich spreche noch mal noch mal ich komme ich komme wieder ok er steht eine ob wir nicht er ich habe kein Leben ja hol mich bitte Tyler Sennig ich hab doch kein Leben nee Tyler ich schwöre ey du ich steck mies von dir ich hab kein Leben guck mich doch mal an so ein Sackgesicht Tim Katrin holen bitte ja danke weil ich hab wirklich nur vom RZP sorry ich bin nun und ich schalte die Bekundung ist nicht in die Wunschel ist so richtig langsam die Zune sorry das hat kein Leben und neunton nur mit zwei Jahren wenn du kannst du dann hier nicht gleich weil ich glaube ich bin bei mir sind welche habe eine bei jemanden und war ich mir tot nein ja bei mir ist jemand hol mich einer ich kann mir dann gleich lassen bitte 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 und er hat sich verwendet ja ich bin immer ein Verband und und dann muss man bitte kommt zu mir die heilt sich wir werden glaube ich auch nicht schaden dann kann man gut mein lud mein lud tötet euch einfach als selber alle die hatte mich getötet die hat mich ja los los gibt hier ja man gibt es hier saftig was bluten muss sie schön jetzt finde ich sie schön 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 weiter 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 macht es weiter er soll sich selbst töten digga bau dich hoch und gib ihm wohnen und sieben und was ist blaue 700 was da ja 700 nur ich wieso ich weiß nicht wieso ich zwei Fernlänke Eierer Teilchen bitte ein Prozent Läge ja ja Was denn? Ja. Ey, da sind welche. Los, mach eine Lenkrakete, Freakman. Los, 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 los. Nein. Da, rechts, 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 jetzt gehören wir schon. Wo sind die? Hit, hit. Nichts. Oha. Wo? Da ist ein Lootrop. 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 Wo ist der Bunny? Alter. Ach, der kommt, der kommt, der kommt. Der Bunny kommt. Versuch's. Digga, los. Mach mit nur Mara kick einfach. Töte ihn doch. Äh, alles Loot. Schön, Digga. Ne? Du hast mich nicht gut gekillt. Okay, zwei Leute noch. Zwei andere, Digga. Wenn du das schaffst, zwei andere noch. Oh mein Gott. Ich bin so ein Bitch, ne? Ich hab nur rückgelt. Komm schon, du schaffst. Du kannst es schaffen. Du kannst es easy schaffen auf trocken. Oh, oh. Okay. Äh, äh, steuer, mach auch aus Steuerrakete. Da hin. Da vorhin, wo die kam. Da kommt noch eine. Da kommt noch eine. Mach. 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 Warte, fack meine Wache. Los. Los. Jetzt, jetzt, los. Gipsen. Ich wette, ich sterbe. Armin. Wow. Er pusht ihm mal. Er pusht ihm mal. Mit so wenig Leben. Ja, egal. Du hast Raketenwerfer. Ist doch egal. Oh ja. Er pusht ihm mal. Er pusht ihm mal. Oder? Oh, oh. Er pusht ihm mal. Das. 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 So. So. Aber, fack der Kompi. Das kommt die? Oh, fack alter das. So. ist tot oder okay ja genau macht von der ganz hinten los so muss man hier wissen nicht dass wir jetzt wissen dass du hier bist okay wir haben gewonnen und vor kurzem war egal mit zwei kids gewinnt er jede runde was ein spät du Spieler kann auch Mordegang schade ich hab mir so nachdem getroffen ich bin auch trotzdem fun was hat das? was hat das? ist ein Trailer für den für die Ding ist rausgekommen für was Tim ist ein Trailer rausgekommen für was? für den neuen Ding ist tschak tschak kann man einfach für Eisen und so holen alles klar richtig nice neue Trailer für den Spielautomat einfach so Spielautomat Ding ist draußen für den Automat dann das ist gut hier ich hab schon zwölf Stunden in meinem Leben gearbeitet Prozent damit haben wir Mieter dann hau ich mit dem Stuhl irgendwo nur mit seinen Kettensäge so schnell herbekommen da oben im Schrank ja genau das geht ja ich hab mal alle Fächer von so einem Schrank so aufgemacht und dann ist er ganz runtergeflogen auf mich soll sie? Toffi? 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 Nicht ein Nagel-Neuer-Kolle, der steuerer ist, dann Klamotten alle zusammen 2 Millionen Nein, die anderen sind noch 3 Millionen 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 6 6 7 7 7 8 5 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 13 12 12 12 13 14 Komm schon, komm schon. Einer ist nockt. Bitte kommt. Bei mir ist einer nockt. Der andere ist im Haus. Ich glaube, das ist auch der letzte. Tim? Warte, warte, warte. Lass mal noch keiner. Nein, der finischt mich. Was ist mit der Rakete, die er gegeben hat? Ich habe nichts mit mir gesagt, warum das? Ich bin ein ergeblich, der kann so lange schlicken, wie du willst. Ich bin es open-ники. Der sagt doch einfach raus, wie ihr Mon gentelt ist. Wo ist sie? Ich bin die ganze Zeit. Ja, gut, ich bin voll. Okay. Okay. Ha who who who? If apresTERNABE. Die Kamera. Hau amconditioniert haben. wo ist das pokémon Oh mein Gott, wie hoch hat er denn wohl geboren? Tyler, Tyler, komm, Raketen! Oh mein Gott! Komm mit Kyler, mit dem, du hast nemmere, mit Granaten, Jofa, komm! Kyler! Ich kann es nicht so gut machen. Ich kann es nicht so gut machen. Anarchie? Lass mich hier hin. Nee. Da kann ich so viel hin. Da kann ich so viel hin. Jetzt werden wir alle zusammen. Sonst verreckt gleich einer und da sind wir alle tot. Oba! Ich habe, ich glaube, das vierte Ei jetzt kaputt gemacht. Vierter Ei. Ja, ich drück die immer. Eigentlich habe ich das nicht geschafft. Aber jetzt irgendwie tut es weh. Alter, ich blute wegen diesem Scheißkleid. Eierspilz, Digga. Ah, Junge. Hörst du das? Diese Eierschale? Hörst du die Eierschale? Ja, 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 Mann, Leute. Das war voll in meinen Arsch. Es tut so weh hier jetzt meine Hand. Neue Artikel. Warte, ich will ein Kack. Bro, wo seid ihr alle? Nein. Tyler, komm, ich hol dich. Warte, ich brauche eine Waffe. Ich brauche einen Rocket Launcher. Tyler, komm, ich hol dich. Ich brauche einen Rocket Launcher. Rocket Launcher, Digga. Rocket Launcher, Digga. Rocket Launcher. Ja, dann hol mich doch. Ist hier nichts im Haus. Keine Ahnung. Ich hab einen geholt. Ja, komm, dann hol mich. Ich muss ja auch irgendwo... Fahr mich dann dahin zum Haus hin. Ich hol dich, ich hol dich. Ich sag, wenn du springen willst. Ja, du musstest da oben bleiben. Okay. Okay, warte. Warte, okay. Guck, guck, guck jetzt zu mir. Guck jetzt zu mir. Guck jetzt zu mir. Hallo, Tyler, ich komme. Ey. Kannst du noch nicht einfach weg springen? Ja, Tyler, komm, 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 komm. Tyler, Tyler, Tyler. Ja, los. Komm, spring. Also, wir machen kurz auf. Ich bin da. Aber... Was? Alter, der Zaun hat gegen die Weck. Mach so ein Typ, hat mein Fernraketen. Warte, ich wohne. Halt. Halt. Und schau. Was? Er wurde... Ey, ich wurde von der Fernlegerrakete, Mann. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Heil mich! Oh, Friedman, du bist so dumm, ne? Du kannst dich nicht einmal heilen, oder so. Kannst du nicht, ne? Hä, was denn? Ja, Entschuldigung. Komm, ich bring dich gleich um. Ja, los, bring dich um. Ja, warte, ich will nur den einen, der dich gekehlt hat, gegeben. Wo ist er? Los, töte dich! Los, töte dich! Ich hab ihn wieder geschickt. Ja, okay, warte, töte mich. Warte, fass. Obel nicht, hä? Ah, oben. Töte dich doch! Ja, mach ich jetzt. Mach jetzt mal wieder, äh, selbst Rocket Strike und gucke, wie ich scherbe. Scherbe. Hä? Ist die mich dumm? Ja, wo ist es denn? Wieso, äh, Tim schon wieder verlassen? Ja, egal, hier. Peeky? Peeky? Ha, der dummste tut alle vor. Egal, dann müssen wir wieder du spielen. Schmeck egal, voll die Penner sind das. Na, okay, ich hab' oft geschrieben, ich hab' jetzt, glaub' ich, lang genug für's drehen. Und.